Die letzten Züge Das ist ganz fertig wird Ja, da geht Da ist schon alles Ich glaube, da fehlt irgendwo noch einer Da geht alles Ja, da geht ein bisschen mehr eigentlich noch Jetzt hatte ich eben die Shift-Taste nicht gedrückt Das müssen wir nochmal auswählen Das geht auf jeden Fall bis da Und hier Geht Auch schon Da Geht der in der Mitte nicht Okay, dann nicht Ist auch egal So, jetzt können noch ein paar kommen Und da mal ein paar Steine reinsetzen, oder? Keine Bäume mehr da, oder was? Könnte natürlich auch sein, ne? Der geht nicht Lass mal einen Tacken schneller laufen So Ja, was ist mit dem Holz, ne? Ah, da läuft gerade einer Ah, da laufen jetzt auch mehrere Okay, dann gehen wir wieder hoch und gucken Wo wir das alle hinpflanzen Sieht ja schon mal gut aus hier Das ist schon zugeworden Hier war doch ein Loch, oder? Das ist die Frage, wie kommen wir da hoch weiter, ne? Warte mal Bis dahin geht's nur, ne? Das würde bedeuten, wir haben doch gerade keine Treppe nach oben, oder? Okay, die können hier lang gehen Naja, da haben wir dann eine Behelfstreppe gebaut So, und da Bauen wir mal was hin Da geht nix Die beiden könnten gehen da Oder? Ja, die würden gehen und da Würde es auch gehen Ja So, nur, es kommt nix nach, weil die wahrscheinlich kein Holz haben, ne? Das ist ein bisschen schlecht Da läuft gerade einer mit dem Stein hoch Hat hier was zugebaut Dann geht der da auch wieder reinzubauen Gut Gut Oh, da ist einer runtergefallen Okay Jetzt müsste einer den da wegnehmen Irgendwann ist er im Bauen, ne? Sollte das eigentlich sein? Die Piepvögelchen fliegen schön, ne? Nimmt aber keiner den auf Hm Okay, die haben welche welchen geholt, aber Ach, der schwebt in der Luft Deswegen geht das nicht Das bedeutet, wir müssen da ein Teil darunter bauen Ein Gestell, damit sie es wegholen können, ne? Ich glaube, das ist da richtig Okay Und Gehen wir hier nochmal hin Machen wir so Und da hat er den schon weggenommen Und dann können wir den auch deleten Ja, wie ist mit weiter hoch? Gute Frage, ne? Treppenhaus weiterbauen oder nicht weiterbauen? Das ist hier die Frage, ne? Oder woanders was noch bauen? Hier ist ja auch genug Platz zum Hochwennen, ne? Müssten wir nur nicht die Treppe hier bauen, ne? Hm Ja Wie bleiben wir denn hier? Oh, 86 Wir brauchen Betten, weil keiner sonst hier Müssten voll sein Sonst wären schon längst welche gekommen Ja Machen wir hier weiter, ne? Hier unten geht auch noch Ja Personal rooms Das ist schon eine große Dachterrasse geworden, ne? Okay So, da wären nochmal Sechs Leute, die da schlafen können Hier passt es dann nicht Das würde bedeuten, da muss man wieder irgendwas mit Treppe machen oder so, ne? Vier sind gekommen Okay Gut Machen wir mal hier erstmal so eine Abtrennung, keine Wahl Und dann schauen wir weiter So, die müssen wir natürlich auch erstmal wieder einkleiden Gucken, was die alle kriegen Hat man eigentlich noch einen Händler letztens da? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber der ist jetzt schon nicht mehr da Gut, okay Einen Bogen, alle haben eine Brustplatte Er bräuchte hier noch ein bisschen Verteidigung erstmal gerade Mindestens eine kleine Ja, bitte Das gestaltet sich schon schwierig, ne? Essen sind 18 Sieben Fünfzehn Fünf Träger Vierzehn Tja Wird jetzt gerade keiner fertig, ne? Das Dach Oh, naja, der kann runter, ne? Der schläft ja jetzt nur gerade im Stehen oder so Der müsste ja da runter können Ja Jetzt ist er auch weg Die Frage, ob man das hier zumacht Ja, ich glaube, ja Ich glaube, wir machen das zu Das passt Da geht auch Ich ziehe es mal einfach durch Weil da muss es auch gehen, oder? Ja Ich glaube, es geht überall Wir können mal einmal so machen Oh, da sind jetzt zwei hingekommen Passt So, sollte funktionieren eigentlich, dass die das jetzt so machen, ne? Hier sollte man überlegen, ob man da nicht Die Wand einfach weiter zieht, ne? Ja, weiß ich auch noch nicht Kommt auch wieder einer Oh, da sind Klötze runtergefallen, ne? Oder die liegen da komplett falsch Sagen wir es mal so, ne? Da ist was falsch eingezeichnet worden, ne? Ja Da dachte man bestimmt, dass das hier so passt So, und hier Machen wir jetzt erstmal zu Ja, das ist aber auch ganz toll zu machen, ne? Dann machen wir es so So, ne Auf ein neues Zack Kriegen wir hin Ja, da wird es jetzt schon gemacht, ist klar Die schlafen da, haben aber auch schon Steine liegen Das Dach wird noch nicht fertig Das ist aber alles umrandet, ne? Sieht so aus auf jeden Fall Ja Würde dann auch gemacht werden Mit die Zeit, ne? Ist so Ja, hier werden auch ganz schön Kabelchen getragen Ganz viele Baustellen So, gucken wir gerade, ob wir da schon Mehr Erfolg haben Nö, ist nicht Ah, hier hat es geklappt Bis auf den Helm Rüstung wird nicht gebaut, ne? Aber ist halt so Das ist ja schon ganz ordentlich hier gleich wieder, ne? So, da können wir dann die zweite Etage drauf zaubern Da ist auch schon ziemlich weit Das bedeutet, wir können das so machen Schiff, das hast du gedrückt halten, bringt was, ne? So, jetzt müssen wir hier mal überlegen Da einer, ne? Und dann frei und zwei So Und hier gegenüber Es ist umgekehrt, ne? Hier einer Und dann frei Passt, wie sieht's hier drüben aus Äh, ist zu Näh, man ich Da ist mal eine Tasche mehr Aber sind nicht mehr ganz viele Löcher Dann ist das auch vorbei So, hier haben wir schon die Etage zu Das bedeutet, da können wir auch ergänzen Äh, ich glaube, das könnte Schiefgegangen sein Schnell weg Aber ich glaube, wir müssen in diese Etage Und das geht da so schlecht Falsche Tasten erwischt Das geht da so schlecht Weil wir Dort Ja Das gestaltet sich hier schwierig Gerade, ne? Da ist unterhöhlt Das ist das Problem, ne? Komm, mach, egal Dann lass uns den gerade wegnehmen Das ist ja auch nicht so schwer Die zwei hier Sonst fällt das runter Und das muss es ja gar nicht, ne? Äh So Die anderen müssten hingehen Sieht's gerade so aus Als ob nichts mehr geht Ein Angraf wahrscheinlich Gucken wir mal Drei, vier Badger Okay, lassen wir laufen wieder Okay Dann mal hoch Ja Das sieht ganz ordentlich aus Hier sind sie ganz doll am Arbeiten Ja, wird doch, oder? Ja Bis dahin Machen wir Was da wird, weiß ich noch nicht Das müssen wir uns nochmal überlegen Zwei, vier, fünf, sechs Und das daneben sieben Dem sind's nur acht Ja Irgendwie klappt das alle so da Aber wird schon werden Wir sind kräftig am Arbeiten Das machen unsere Neuankömmlinge Denen fehlen irgendwie Die Klamotten, ne? Da ist schon Schuhe Ah, da ist einer fertig Das bedeutet Zack Zum Essen Der stellt Essen her Vielleicht sollte man erst Einen Erntehälfter machen Und dann Essen, ne? Könnte auch sein, dass er Sinn gemacht hätte Naja Gut, aber Ich würde mal sagen Für die Folge soll's auch wieder reichen Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss Tschüss